Willkommen zur Grundtechnik Nr. 12, den X-Kick. Den schauen wir uns nun genauer an. Wir machen die Version, wie er übers Kreuz geschlagen wird. Man zieht das hintere Bein nach vorne. Damit holt man den Schwung, um das Bein hochzuheben. Dann wird das Bein übers Kreuz hochgeschlagen, der Fuß kommt zur Schulter des Gegners und das wird dann nach unten gezogen. Schauen wir uns dasselbe noch einmal an, auf der anderen Seite. Schwung holen und über die Schulter runterziehen. Und noch einmal. Das wars auch schon. Ein wahrer Profi war Andy Hug. Das schauen wir uns mal genauer an. Und langsam Kick über die Schulter nach unten. Diese gebaute Kraft ist so stark, dass der Gegner in der Regel als Knockout geschlagen wird. So, und nun bist du dran. Viel Spass mit der Grundtechnik 12, X-Kick. bulletproof blitzschätibus